Moin! Wir werden in diesem Mitmach-Video viele verschiedene Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Das wird ein Spaß, also zieht euch warm an, haltet euch fest, es geht auch schon direkt los. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Kopf zu werfen? Ja, das klingt erstmal nach einer komischen Frage. Geht's um die französische Revolution? Nein, wenn nichts genaueres dasteht, dann ist immer ein Standardgegenstand gemeint. Hier also eine normale Münze, aber eine Laplace-Münze. Das heißt, die hat wie die normale Münze zwei Seiten, aber sie wird auf keinen Fall auf dem Rand landen oder runterfallen oder sonst was komisches. Das heißt, diese Münze hat nur zwei Möglichkeiten. Sie zeigt als Ergebnis Kopf oder Zahl. Und hier wird nach einer dieser Möglichkeiten gefragt. Und die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis ist 1 geteilt durch die Anzahl der Ergebnisse. Und bei der Laplace-Münze gibt es zwei, also ist die Wahrscheinlichkeit 1,5. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Kopf oder Zahl zu werfen? Na ja, Kopf oder Zahl, wenn für Kopf die Wahrscheinlichkeit ein Halb ist und für Zahl die Wahrscheinlichkeit ein Halb, sind das also zwei Halbe. Man kann auch direkt hinschreiben 1, denn hier erkennt man gut, das ist ein sicheres Ereignis. Das heißt, das wird auf jeden Fall eintreffen, denn eine Münze, die wird ja auf jeden Fall Kopf oder Zahl anzeigen. Sie kann ja nichts anderes. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Kopf und Zahl zu werfen? Ja, das kann die Münze nun gar nicht, denn entweder landet sie auf der einen oder auf der anderen Seite. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt auf einem Beil landet, das zerteilt die Münze. Und dann können wir Kopf und Zahl sehen. Sehr unwahrscheinlich. Und da es sich hier um eine Laplace-Münze handelt, sogar absolut unwahrscheinlich. Damit ist das ein sogenanntes unmögliches Ereignis und das hat die Wahrscheinlichkeit 0. Das heißt, das kann wirklich nie eintreten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln? Nun ja, das ist nicht dramatisch. Ein Würfel hat nämlich 6 verschiedene Seiten. Hier wird wieder der normale Laplace-Würfel, und zwar der W6 gemeint. Wenn nichts dasteht, würfeln wir also immer mit dem Würfel, den ihr auch aus jedem typischen Spiel kennt. Und eine 6, das ist eine mögliche Zahl von eben allen, die wir da so hätten. Also offensichtlich kommt daraus ein Sechstel. Wie groß ist dagegen die Wahrscheinlichkeit, eine 2 zu würfeln? Nun ja, den Würfel interessiert das nicht, ob ich eine 2 oder eine 6 will. Das ist einfach nur eine andere Seite. Es gibt wieder 6 insgesamt. Eine ist davon speziell, die suchen wir. Also ist auch hier die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine 2 oder eine 6 zu würfeln? Nun ja, es gibt wieder 6 Möglichkeiten. Und das sind die 6 möglichen Ergebnisse. Und was sind die günstigen Ergebnisse? Die 2 oder die 6. Das sind also 2 Stück. Zur Wiederholung. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses bekommen wir, indem wir die Anzahl der günstigen Ergebnisse durch die Anzahl aller möglichen Ergebnisse teilen. Klar, hier könnte man noch kürzen und sagen, das ist ja auch ein Drittel. Aber ich empfehle euch, bei Brüchen, ja, normalerweise würde man sagen, man kürzt. Aber in der Storastik kürzen wir Brüche eigentlich nicht. Denn im Bruch steckt immer der Lösungsweg drin. Ich werde hier also noch oft 2 verschiedene Brüche hinschreiben, die aber immer was anderes bedeuten. Nämlich das, was wir uns vorgestellt haben. Und mit Dritteln denkt man eigentlich beim Würfel wenig. Von daher lasst ruhig 2 Sechstel stehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln? Wir machen es wie eben. Günstige durch mögliche Ergebnisse. Es gibt 3 gerade Zahlen auf dem Würfel. Und zwar die 2, die 4 und die 6. Insgesamt gibt es 6 Zahlen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit 3 Sechstel. Hier können wir einen alternativen Bruch angeben. Und zwar kann man sich auch überlegen, ja, es gibt gerade und ungerade Zahlen. Beide gibt es gleich oft. Also muss die Wahrscheinlichkeit für gerade Zahlen ein Halb sein. Darauf kommt man auch, wenn man 3 Sechstel einfach mal kürzt. Aber hier seht ihr eben, das sind zwei unterschiedliche Ideen, die dann zwei unterschiedliche Brüche hervorbringen. Selbstverständlich ist die Wahrscheinlichkeit aber gleich. Sonst wäre es ja ein bisschen komisch. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine ungerade Zahl zu würfeln? Naja, die ist natürlich genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln. Also auch ein Halb und es ist einfach die gleiche Begründung, die ich da eben schon hatte. Selbstverständlich, nichts Spannendes. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat einen Herzkönig zu ziehen? Ja, hier wird vorausgesetzt, dass ihr wüsst, dass es beim Skat 32 Karten sind. Und auch was das für Karten sind, sonst kann man diese Aufgaben nicht lösen. Und da weiß man, es gibt insgesamt einen Herzkönig. Es gibt vier Farben und vier Könige, aber nur einmal die Kombination Herz und König. Insgesamt gibt es 32 Karten. Ergo, Wahrscheinlichkeit ist ein 32. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat eine Herzkarte zu ziehen? Ja, auch das ist nicht weiter dramatisch. Wenn man vorher weiß, was Skat ist, beziehungsweise was so ein vermindertes Kartenset ist. Und dann weiß man, es gibt beim Skat 32 Karten und Herzkarten gibt es 8. Man kann sich hier das Ganze nochmal anders vorstellen. Wir könnten nämlich auch sagen, es gibt vier verschiedene Farben. Und von diesen vier Farben ist Herz eine Farbe. Also kommt raus ein Viertel. Und das ist auch 8 32 gekürzt. Das ist bei Storastik immer eine schöne Probe, wenn man zwei verschiedene Strategien überlegt, die dann zwei Brüche ergeben. Und die Brüche sind aber die gleiche Wahrscheinlichkeit. Dann kann man sehr sicher sein, dass die Ideen richtig sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat eine rote Karte zu ziehen? Ja, bei Farben muss man immer aufpassen. Mit den vier Farben bei Kartenspielen meint man ja die vier Symbole. Aber hier geht es jetzt mal wirklich um die Farbe Farbe. Und rote Karten sind die Hälfte. Also die Hälfte der Karten ist rot und die andere Hälfte ist schwarz. Daher ist die Wahrscheinlichkeit ein Halb. Alternativ könnte man natürlich auch alle Karten mal durchzählen. Und dann würde man anfangen mit Herz 7, Herz 8, Herz 9 und dann noch die Karo-Karten dazu. Und dann hätte man 16 von 32. Oder man überlegt sich, naja, es gibt vier verschiedene Symbole und die roten Symbole sind Herz und Karo. Und hier sehen wir drei verschiedene Strategien. Alle führen natürlich zur selben Wahrscheinlichkeit. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat eine Dame zu ziehen? Das ist wieder leicht. Es gibt vier Damen und insgesamt 32 Karten. Alternative Strategie. Wir überlegen mal, wie viele unterschiedliche Figuren bzw. Zahlen gibt es denn? Es gibt 7, 8, 9, 10. Bube, Dame, König, Ass. Das heißt, es gibt acht unterschiedliche und eins davon ist die Dame. Beides funktioniert natürlich wieder. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat einen Buben oder eine Dame zu ziehen? Ja, können wir machen wie eben. Das heißt, wir zählen mal. Es gibt vier Buben und vier Damen. Das sind acht von 32 Karten. Oder aber, wir sagen uns, okay, wie sieht denn das aus? Es gibt 7, 8, 9, 10. Bube, Dame, König, Ass. Das heißt, es gibt acht unterschiedliche und gefragt wird in der Aufgabe nach zwei Stück davon. Nämlich den Buben und den Damen. Also stellt euch das so vor, dass ich acht Stapel mache. Einen mit 7, mit 8, mit 9, mit 10. Mit Bube, mit Dame, mit König, mit Ass. Und wie viele dieser Stapel möchte ich gern nehmen? Zwei Stück. Oder, das erste bedeutet, ich lege alle 32 Karten auf den Tisch und picke mir acht raus. Natürlich funktionieren wieder beide Strategien. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat eine Zahlenkarte zu ziehen? Ja, Zahlenkarten sind 7, 8, 9 und 10. Es gibt also vier. Insgesamt gibt es 7, 8, 9 und 10. Bube, Dame, König, Ass. Acht. Man kann sich aber auch gleich merken, es gibt so viele Zahlenkarten wie Bildkarten. Also ist die Wahrscheinlichkeit ein Halb. So wie Kopf und Zahl ist das. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat eine Bildkarte zu ziehen? Ja, wer gerade aufgepasst hat, weiß es jetzt selbstverständlich dann auch ein Halb. Selbe Begründung wie bei den Zahlenkarten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Skat eine Bildkarte oder eine Zahlenkarte zu ziehen? Ja, Skat besteht nur aus Bild- und Zahlenkarten. Also ist die Wahrscheinlichkeit 1. Das ist wie die Frage, wie wahrscheinlich ist es, Kopf oder Zahl zu werfen. Es ist ein sicheres Ereignis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Kartenspiel ein Ass zu ziehen? Ja, Obacht! Beim Kartenspiel gibt es 52 Karten. Das muss man eben auswendig wissen. Das ist der Hauptset oder die Hauptzahl beim Kartenspiel. Dagegen Skat oder Mau Mau, sowas, spielt man immer mit einem verminderten Kartenset. Aber wenn nichts dasteht, ist eben das Hauptkartenset das, das aus 52 Karten besteht. Ja, und das Ass, das gibt es viermal. Eben eins von jeder Farbe. Alternativ könnte man auch wieder sagen, ich sortiere das in die unterschiedlichen Karten. Und es gibt beim Kartenspiel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bube, Dame, König, Ass. Also 13. Und ich sortiere das also in 13 Stapel. Und dann nehme ich mir den einen Stapel, der aus den Essern besteht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Kartenspiel Laub zu ziehen? Ja, nicht verwundern. Also lieber nochmal mein Video dazu schauen. Bei den deutschen Karten gibt es auch andere Symbole. Eins davon ist Laub. Und Laub ist eben einfach nur ein anderes Wort für die entsprechenden französischen oder auch amerikanischen. Das heißt, es ist einfach nur ein Symbol. Mehr muss man da gar nicht wissen. Wie viele Symbole gibt es? Es gibt vier. Wir wollen eins von diesen vier Symbolen ziehen. Ein Viertel. Alternativ könnte ich auch wieder sagen, es gibt 52 Karten. Und ich möchte Laub 2, Laub 3, Laub 4, Laub 5, Laub 6, Laub 7, Laub 8, Laub 9, Laub 10, Laub Bube, Laub Dame, Laub König und Laub Ass. Das sind also 13 Karten von 52. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Kartenspiel Schellen oder Eichel zu ziehen? Auch das sind wieder zwei deutsche Farben. Und das sind jetzt zwei von den vier Farben. Und damit offensichtlich zwei Viertel. Hier dürfte man auch kurz nur ein Halb. Denn es ist die Hälfte der vier Farben, die es gibt. Ihr könntet aber auch wieder sagen, das sind selbstverständlich 2 mal 13. Also 26 von den 52 Karten, die es gibt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erscheint beim Roulette eine 17? Ja, da müsste man vorher mal fragen, welches Roulette ist gemeint? Und wenn nichts dasteht, meinen wir das Roulette, das bis zur Zahl 36 geht und wo eine 0 vorkommt. Das heißt, beim Roulette, wenn nichts weiter erklärt wird, gibt es insgesamt 37 verschiedene Felder. Beim amerikanischen Roulette, gerade so Las Vegas, gibt es noch die Doppel-Null, also 38 Felder. Ja, die Chance, dass eine 17 erscheint, das ist ein Feld von den 37. Wie wahrscheinlich ist es, dass beim Roulette eine rote Zahl erscheint? Ja, Glücksspieler würden jetzt sagen 1 Halb, weil sie denken, die Hälfte ist rot. Da haben sie aber die 0 vergessen. Bei 0 gewinnt die Bank. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist bei Roulette immer ein bisschen niedriger als das, was man denkt oder als das, was fair wäre. Fair wäre das Spiel ja, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit dazu passt. Also es gibt, sagen wir mal, von 100 Feldern 50 rote und 50 schwarze. Und man kann immer das Doppelte gewinnen, wenn man da drauf sitzt. Ja, das wäre ja ein faires Spiel. Roulette ist aber nicht fair, kein Glücksspiel ist in dem Sinne fair. Also von daher gibt es nur fast die Hälfte in Rot. Und fast die Hälfte, das sind 18. Also es gibt 18 rote und 18 schwarze Felder. Das sind ja zusammen 36. Und dann gibt es noch die grüne 0. Das macht 37. Wie wahrscheinlich ist es, dass beim Roulette eine gerade Zahl erscheint? Ja, das ist jetzt mal eine harte Aufgabe. Denn da gibt es zwei richtige Lösungen, die unterschiedlich sind. Schauen wir uns das mal an. Wir könnten erst mal sagen, insgesamt gibt es 37 Felder. 18 mal Rot, 18 mal Schwarz, 1 mal Grün. Und entsprechend auch 18 mal Gerade, 18 mal Ungerade. Und dann noch dieses Feld, wo die Bank gewinnt. Und so sehen das die Roulette-Städte auch, dass die sagen, ja, wir haben gleich oft Gerade und Ungerade. Und dann noch dieses Nullerfeld, beachte das nicht. Da gewinnen wir, ist nicht so wichtig. Mathematisch könnten wir natürlich aber auch sagen, die 0 ist noch eine gerade Zahl. Und von daher haben wir 19 gute Felder von 37. Wäre aber auch im Spiel ein bisschen seltsam, wenn Sie das so machen würden bei Roulette. Dann würden ja möglichst alle auf Gerade setzen. Denn dann gäbe es ja mehr Gerade als Ungeradefelder. Aber wenn man genau gehen will, ist 19 37. richtig. 18 37. ist aber das, wie es beim Roulette-Spiel gespielt wird. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird beim Lotto eine 12 gezogen? Ja, auch hier wird erwartet, dass ihr die Lotto-Zahl könnt. Also die Gesamtzahl wüsst. Und das heißt ja auch 6 aus 49. Oder das Spiel heißt auch oft 7 aus 49. Dann mit der Zusatzzahl. Und von daher insgesamt gibt es 49 Kügelchen. Die Zahlen von 1 bis 49 nämlich. Und die 12 ist eine davon. Die Chance, dass ich also gerade die 12 ziehe, ist 1 49. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird beim Lotto eine ungerade Zahl gezogen? Da muss man tatsächlich mal ein bisschen zählen. Insgesamt gibt es ja 49 verschiedene. Wie oft kommen da gerade Zahlen vor? Die 0 gibt es diesmal nicht, wie beim Roulette. Es gibt die 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Und das müssen wir gar nicht direkt durchzählen. Wir können ein bisschen logisch vorgehen. Denn es wird ja 25 oder 24 sein. Das ist ja ungefähr die Hälfte von 49. Das ist ja 24,5. Also kommt 24 oder 25 raus, weil es ja keine halben Kugeln gibt. So, die Zahlen gehen von 1 bis 49. Es fängt mit einer ungeraden Zahl an und hört auch mit einer ungeraden Zahl auf. Das heißt dann also, dass es eine ungerade Zahl mehr gibt. So wie zum Beispiel auch 1, 2, 3. Das ist klar. Von 1, 2, 3, da habe ich 2 ungerade, eine gerade. Eine ungerade ist es mehr. Das heißt, es gibt 25 ungerade Zahlen und nur 24 gerade. Damit sind wir fertig und euch noch einen schönen Tag.